Tom Oliver Regenauer Tom Oliver Regenauer Tom Oliver Regenauer Gestartet ist die Tour am 22. August. Welche Eindrücke hast du bis jetzt von der Tour? Von daher positive Eindrücke und tolle Rundreise bisher. Du sprichst oft von Manipulationen der öffentlichen Meinung in deinen Büchern und Artikeln. Dazu gerade ein aktuelles Beispiel vom 3. September. Dort verschwiegt die dpa in ihrer Mitteilung zur Gerichtsverhandlung in Osnabrück, dass es auch ein RKI-League gegeben hat. Die Berliner Journalistin Arja Walaskes kommentiert es in ihrem Blog. Der RKI-League soll wohl, wenn es nach der dpa geht, in einem Orvision-Memory-Hole verschwinden. Wie kann die Gesellschaft deiner Meinung nach widerstandsfähiger gegenüber Manipulation und Propaganda werden? Zuerst sollten die Leute mal aufhören, zu viel Medien zu konsumieren, weil in der Regel kommt man auch ohne Medien sehr gut aus. Das analoge Leben findet draußen statt und Medien machen das Leben nicht besser. Das ist mal das Erste. Ganz frei nach Peter Lustig. Einfach mal abschalten. Und wenn man dann Medien schaut, sollte man immer alle drei oder vier Optionen wählen. Also die eigene Meinung, den leitmedialen Konsens-Konglomerat-Komplex, vor allem Bücher, denn da stehen in der Regel bessere Informationen als in den Medien. Und dann auf der vierten Stelle kommt eigentlich das eigene Fazit. Und da sollte man ausschließlich nach der eigenen Einschätzung gehen, dessen, was sich gut anfühlt, was richtig erscheint und was man mit Quellen falsifizieren kann. Auf jeden Fall sollte man nicht die Krise jetzt bei irgendeinem freien Sender konsumieren, so wie man es vorher bei den Tagesthemen getan hat. Also einfach ein bisschen weniger Medienkonsum. Ich selbst habe auch keinen Fernseher und schaue am Tag vielleicht 20 Minuten in die Medien und bin trotzdem meistens besser informiert als die restlichen Leute, die ich treffe. Wie beurteilst du die zunehmende Digitalisierung und den Einsatz von Überwachungstechnologien in Deutschland und Europa? Das ist das große Problem unserer Zeit, weil die meisten Leute haben schon irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen beraubt werden in puncto Daten, dass man ein bisschen überwacht wird. Aber wie ich in dem Vortrag dann auch zeige, da sind die Leute dann auch immer völlig sprachlos und selbst das bedienende Personal bleibt dann stehen und hört plötzlich zu, wenn es darum geht, was Mesh-Netzwerke sind und wie die Handys untereinander kommunizieren. Was die Average Screen Time, also die durchschnittliche Bildschirmzeit ist bei knapp sieben Stunden mittlerweile im Alter von 16 bis 64. Also das ist zum einen eine Sucht. Die Leute hängen an dem Ding wie ein Junkie an der Nadel und zum anderen ist es natürlich das größte Propaganda- und Manipulationssammelsurium, weil die Leute das Leben jetzt tatsächlich mehr über Bildschirme und Displays wahrnehmen als durch analoge Interaktion mit ihrer Umwelt. Von daher ist es doch relativ wichtig, sich da dessen gewahr zu sein, was da eigentlich läuft und das sind die wenigsten Leute, wie ich dann im Rahmen des Vortrags merke, weil die zweite Hälfte des Vortrags geht es primär um Observationsökonomie und wer sich das mal anschaut, sieht dann auch, dass die ganzen sicheren Messenger schon längst passé sind. Das bringt alles nichts, weil das eben zum Beispiel über die Tastatur und Keylogging schon eingefangen wird, bevor es in die Server geht, wo man es dann entschlüsseln müsste. Also das ist den Leuten dann doch noch immer mal wie Schuppen von den Augen gefallen bei dem Vortrag und da kann ich nur anraten, sich dann mit den entsprechenden Informationen meinem Vortrag oder entsprechenden Büchern zu beschäftigen und dringend Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dass man nicht mehr Teil dieses Überwachungsgrids ist. Das geht nämlich. Das heißt also, es gibt Hoffnung. Was würdest du dir für 2025 wünschen? Ach, das ist schwierig. Kommt drauf an, in welcher Domäne. Ja, ein bisschen weniger Narrativ, ein bisschen weniger Medienkonsum bei den Leuten, ein bisschen mehr analoges Tun und proaktives Handeln, anstatt die Krise zu konsumieren zu Hause vom Sofa aus und eben jetzt freie Sender zu schauen, anstatt Tagesthemen, sollten die Leute einfach was analoges, produktives tun, ob das das Gemüsebeet anlegen ist oder soziale Kontakte im Ort pflegen, einen Verein aufmachen, nachtsheimlichen Zeitungen drucken auf DIN A4 Papier und in Briefkästen werfen, sich ein neues Handy besorgen, die Google-E-Mail-Adresse abmelden etc. Man kann sehr viel tun. Man muss es nur tun. Die Leute warten leider immer, bis von außen jemand kommt und sagt ihnen, bitte tu das. Oder sie warten auf den Erlöser, ohne zu sehen, dass die eigene Erlösung eigentlich in jedem drin ist. Also die Lösung ruht immer in einem selbst und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Veranstaltungsort in Hamburg-Bergedorf. Rund 80 Personen wollten Tom Oliver Regenauer live erleben. Seinen Vortrag zur Truman-Show-Tour startete er mit folgenden Zitaten. Und um den Ton des Abends ein bisschen zu definieren, habe ich mein Lieblingszitat oder eines davon. Jeder anständige Mensch schämt sich der Regierung, unter der er lebt. Von Henry Louis Menken. In Deutschland ist das besonders einfach. Sie kennen ja die Protagonisten. Und ein zweites Zitat, was die Sache gut umschreibt, ist, glaube ich, von Frank Zappa. Politik ist die Entertainment-Abteilung des militärisch-industriellen Komplexes. Wir reden hier nicht über Herrschaftsdialektik, Links-Rechts, Symptombesprechung, sondern über Lobbyismus, Korruption, Betrug, Erpressung, Raub und Mord. Und am Ende, wenn Sie dann den Indizien der Präsentation folgen, sehen Sie, dass es eigentlich nichts anderes ist als transgenerational organisierte Kriminalität. Deswegen, wer eine Partei verbieten will, soll das gerne tun. Und zwar alle am besten. Dann wäre nämlich das Parteienkartell abgeschafft. Was ich nur vorneweg sagen sollte, weil es ein inflationäres Islam-Bashing gibt. Und ich war in vielen islamischen Ländern, Jordanien, Saudi-Arabien oder auch in Israel arbeiten. Und deswegen ganz kurz das Zitat aus meiner Migration als Waffetext, der vor ein paar Wochen auf meiner Seite erschienen ist. Es ist ganz einfach. Es gibt für mich nur zwei Sorten von Menschen. Gute und Schlechte. That's it. Das war's. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Bei Tom Oliver Regenauer ist es dann der Tenor Observationsökonomie. Dem widmet er im zweiten Teil seines Vortrages sehr viel Raum. Ich habe da sehr viel Neues und noch Interessantes zum ersten Mal gehört. Und das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Und wenn Sie jetzt mal durch die Stadt laufen und schauen die Leute an mit ihrem leuchtenden Brett vor dem Kopf, dann sehen Sie auch relativ schnell, dass viele nicht mehr weit vom Computer entfernt sind. In den leeren Blicken sieht man nämlich meistens auch nichts mehr, außer das Handy leuchten. Und das hat Gründe. Wenn man sich da mal zur Kontextualisierung ein paar Zahlern aus meinem Text anguckt, dann gehe ich die hier mal schnell durch. Weit über 70 Prozent des Datenverkehrs wird heute automatisch erzeugt. Jetzt sind es wahrscheinlich sogar mehr, weil die KI mehr Raum greift. Sie interagieren also in der Regel nicht mit Personen, sondern mit Bots, Hintergrundjobs, Automatismen und KI. 60 Prozent des Internetverkehrs und 55 Prozent der Webseitenzugriffe erfolgen heute schon über Smartphones. Wir verlagern also immer mehr vom Desktop-Computer oder vom Laptop auf dieses mobile Teil. 98 Prozent dieser Geräte laufen auf Android oder iOS, also Google oder Apple-Betriebssystemen. Praktisch alle. 6,92 Milliarden Menschen auf der Welt haben ein Smartphone. Das sind 86 Prozent der Weltbevölkerung. Und da war ich in Regionen in Afrika, da haben die Leute kaum Wasser zum Trinken, aber ein Smartphone, weil ihnen ein humanistisch angehauchter Großkonzern welche geschenkt hat, wenn sie die richtige App herunterladen. Eine Flasche Wasser hätte mehr gebracht, aber jetzt haben sie ein Smartphone. Der globale Nutzungsdurchschnitt im Alter von 16 bis 64 Jahren liegt derzeit bei 6 Stunden und 58 Minuten pro Tag. Pro Tag. Das ist die komplette Work-Life-Balance von jemandem, der 8 Stunden schläft und 8 Stunden arbeitet. Dann haben sie noch etwa eine Stunde übrig für Toilette und Essen. Und die restliche Zeit glotzen sie in dieses blöde Display. 35 Prozent von dieser Zeit verbringen sie in der Regel auf Social-Media-Portalen und weit über 100 Mal am Tag greift man zu dem Gerät. Und wenn sie dann mal schnell bei irgendeiner Suchmaschine gucken, nach Zivilisationskrankheiten und Handy oder Smartphone, dann sehen sie gleich schöne Abkürzungen, 9 bis 10 an der Zahl, PVS, FOMO, PTSS und so weiter. Da steht dann FOMO zum Beispiel für Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen. Also sie werden permanent überwacht. Und das, was manche Leute auch nicht glauben, das Ding macht wirklich auch jede Sekunde praktisch ein Infrarot-Foto. Das können sie mit einer Infrarot-Kamera selbst zu Hause testen. Das braucht es nämlich laut Apple für aufmerksamkeitssensible Funktionen. Das Gerät kann ja, wenn sie da auf so einem Smartphone mit den Pupillen hoch und runter gucken, auf so einem moderneren Gerät, dann können sie damit die Webseite scrollen. Oder sie können es im ausgeschalteten Display-Zustand hier hinlegen und wenn sie dann drauf gucken, geht das Display an. Das ist eine aufmerksamkeitssensible Funktion und das geht nur deswegen, weil die Kamera permanent aktiv ist und man es permanent Infrarot-Bilder macht, hinten und vorne. Das können sie auch nicht abschalten, deswegen überwacht sie das Gerät 24 Stunden permanent. Sie können nichts dagegen tun, alles wird aufgezeichnet und landet in sogenannten Text-Files. Die haben nämlich wenig Daten, also Volumen. Richtig schlimm wird es dann bei Bluetooth und zwar bei Bluetooth Low Energy. Das ist nicht das Bluetooth, was sie da ausschalten können, das ist das Bluetooth, was im Hintergrund läuft und was sie nicht ausschalten können. Das ist nämlich die Datengrundlage für das Contact Tracing, zum Beispiel in der EU und der Covid-Warn-App, die es hier gab in Deutschland. Die liest nämlich diese BLE-Schnittstelle aus. Was das iPhone macht, ist nämlich, und das Android auch, sie laufen durch die Stadt und das Gerät erkennt jedes andere iPhone und kommuniziert mit ihm. Das heißt, die machen Kontakt, sagen Hallo, tauschen die E-Mail-Nummern oder so die IP-Adressen aus und bilden so ein schönes Netzwerk von allen iPhones, die sie in der Stadt getroffen haben. Und wenn sie dann ein iPhone hatten, während der Corona-Phase, konnten sie ja ohne die Covid-Warn-App praktisch das Contact Tracing anmachen und dann bekamen sie am Abend eine Meldung, oh, sie haben zwei Leute mit einem positiven Covid-Test getroffen, obwohl sie gar nicht die App drauf haben. Wenn die die drauf hatten, sagt ihnen das ihr iPhone trotzdem, weil es mit den Handys automatisch kommuniziert, auch wenn sie es ausgeschaltet hatten im Flugmodus. Das BLE läuft trotzdem und wird sie abends trotzdem warnen, dass sie die zwei Leute mit dem positiven Test getroffen haben. Das ist diese BLE-Schnittstelle und an genau dieser BLE-Schnittstelle hat die deutsche Covid-Warn-App angedockt und hat die Daten ausgelesen, auf die sie keinen Zugriff haben, die sie auch nicht sehen können, weil das im Hintergrund läuft. Deswegen gibt es dann auch bei der BBC dann die Meldung, dass da eben das iPhone Contact Tracing konnte ohne die Covid-App, weil das eben Mesh-Netzwerke baut im Hintergrund und das macht das eben zur Verdeutlichung, wenn sie zum Beispiel zu Hause WLAN anhaben für ihr Handy oder für den Laptop, dann kann man vor ihr Haus fahren und kann so ein schönes 3D-Bild von ihnen erstellen, denn das WLAN erlaubt von außen einen Blick ins Haus. Wenn solange da ein Balken WLAN draußen ankommt, kann man da mit dem Ü-Wagen vorfahren, also das ist nicht der Übertragungswagen, sondern der Überwachungswagen oder so ein Laptop und eine ganz kleine Antenne und dann kann man, wenn man ihr WLAN-Signal geortet hat, einfach alle biologischen Organismen im Haus in 3D darstellen. Sie, ihren Hund und mittlerweile auch ihre Pflanzen und andere Objekte, das geht jetzt auch in Farbe, das heißt man braucht gar nicht mehr bei ihnen einbrechen und eine Kamera installieren, um sie zu überwachen. Man kann einfach von außen am Haus gucken, wenn sie das WLAN anhaben und wenn sie denken, ihr Handy überwacht sie über den Funkmast des Telekom-Netzes oder so, ist das auch falsch. Wo sie mittlerweile überwacht werden, es ist viel engmaschiger und genauer ist, wenn sie durch die Stadt laufen, werden sie von jedem WLAN-Netz angepingt. Wenn sie das Ding mal anmachen und suchen mal nach WLAN-Netzen, finden sie in jeder Stadt permanent irgendwelche 5 bis 500 Netze und da meldet sich ihr Handy jedes Mal, sagt Hallo, speichert die Daten und so haben sie eine schöne Route durch die Stadt kartografiert und das ist dann das sogenannte Mesh-Netzwerk. Da sind sie dann unten so ein Schema, da ist dann jedes ihrer Handys eine Note, ein Knotenpunkt im System und unterhält sich mit den anderen Systemen. Und da gab es vor einer Weile diese etwas reißerische Headline, Skynet, das kennen manche aus Terminator, die Macht der Maschinen, wenn die untereinander kommunizieren und den Menschen unterdrücken. Und das ist tatsächlich bedenklich, weil das, was ich gerade erklärt habe, ging bisher nur im Ökosystem von Apple. Also das konnten eigentlich nur iPhones miteinander tun. Technisch ging es schon lange, dass es beide konnten, aber es war nicht eingeschaltet. Jetzt ist es seit ein paar Monaten so, dass Android und Apple-Telefone miteinander kommunizieren und das Netzwerk entsprechend erweitern. Das heißt, jetzt sind die 98% der Bevölkerung, die eines der beiden Betriebssysteme haben, komplett kartografiert und zwar 24 Stunden am Tag, ohne dass sie das abschalten können. Und dann werden da Daten gesammelt vom Handy, ja, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Infrarot-Daten, Fotos und so, CO2-Gehalt, das kann das nämlich alles messen, wird auf dem Chip gespeichert, in diesem Netzwerk gesammelt und verteilt, kommuniziert und geht dann einmal, wenn einer Netz hat, das ist das Gute am Mesh-Netzwerk, da reicht es, wenn von 100 Handys eines Netz hat, schickt das dann die Daten über WLAN oder das Funk-Netzwerk an die Cloud. Das ist also eine permanente Dauerüberwachung, der man überhaupt nicht entkommen kann, solange man eins von diesen Geräten hat. Und wie das dann genau funktioniert, oder was der Zweck ist, das sehen Sie auf der Webseite von der NATO. Das ist das NATO Innovation Hub, da können Sie draufgehen. Das innovative NATO Hub spricht dann in schönen Papieren wie hier, von kognitiver Kriegsführung, eben das, was Jonas Tögl auch vorträgt, da geht es dann um Propaganda auf der einen Seite, das ist dann der Nudging, man will es in irgendwelche Richtungen manipulieren. Das ist aber nur die oberflächliche Variante, denn wie Sie an dem Bild da erkennen können, was einen Soldaten darstellen soll, will man nicht einfach nur Ihre Gedanken manipulieren, man will mit der Technologie in Ihren Kopf. Und wie das funktioniert, erkennen Sie an einem einfachen Selbstversuch. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Smartphone, ich habe das immer auf Graustufen, das geht bei jedem Smartphone, haben Sie irgendwie so Bildschirmhilfen oder Farbfilterfunktionen, das gibt es auf jedem Smartphone. Dann stellen Sie das mal auf Graustufen, weil da funktioniert immer noch alles, können immer noch Textnachrichten schreiben oder sowas. Lassen Sie das mal 24 Stunden auf Graustufe und schalten Sie danach mal wieder die Farbe ein. Da merken Sie erst, was Sie für einen Augenkrebs kriegen und was das mit Ihrem Gehirn macht. Die Farben sind nämlich nicht zufällig so gewählt, die sind invasiv. Und diese roten Punkte, die Sie dauernd sehen für irgendwelche Apps, Updates und sonst was, da ist jeder rote Punkt jedes Mal ein Dopaminshot im Kopf. Das macht süchtig. Das können Sie sogar von Sean Parker, dem Co-Gründer von Facebook hören, der bei einer Panel-Diskussion gesagt hat, wir wissen, dass es süchtig macht und haben es trotzdem getan. Das ist eine Waffe. Das ist nicht einfach bequem. Und das sind auch keine Apps, sind Nachrichten, schalten Sie die roten Punkte aus. Ich habe die nur noch bei einem oder zwei von den Software-Dingern an. Und dann versuchen Sie das mal mit den Graustufen im Selbstversuch und machen das mal 24, 48 Stunden. Ich habe das schon vielen Leuten erzählt und ich habe keinen getroffen, der das wieder auf Farbe benutzt. Das ist ein gravierender Unterschied, Sie werden es merken. Und über so Zeug schreiben die dann bei der NATO lange Papiere. Das ist dann von einer Konferenz im Herbst 2020. Da hat man dann über kognitive Kriegsführung und kognitive Dominanz gesprochen. Das ist irgendwie so ein 120-Seiten-Dokument. Da können Sie dann nachlesen, was die so alles tun und wie man in ihr Gehirn will mit eben solchen Technologien, Dopaminshots, Manipulation, Farbwahl, psychischen Stress auslösen, sowas wie das Post-Text-Stress-Syndrom. Man macht sie krank und das ist Teil der Agenda. Und das können Sie selbst dann auch noch nachlesen, selbst auf der plumpesten Informationsquelle, die es gibt. Wikipedia, da gibt es einen ganzen Themenblock zu globaler Überwachung. Da finden Sie hunderte von Organisationen, Textensysteme, Agenturen, NGOs, Projekten. Wenn Sie sich das mal alles durchlesen, brauchen Sie Tage. Und es wird Ihnen rasch schlecht, weil es ist unglaublich. Man weiß es ja auch nicht, aber da wird überwacht und getan seit Jahrzehnten. Die wenigsten Leute haben auch nur das geringste Ausmaß, welche Form man das alles angenommen hat. Und das ist eben, wie ich das dann hier zusammengefasst habe, die sechste Dimension der Kriegsführung. Die richtet sich gegen Sie und gegen jeden, gegen die Spezies Mensch. Die als biodigitale Konvergenz propagierte Innovation zielt auf Abschaffung des Homo Sapiens zugunsten einer transhumanistischen Kreation. Und das Ziel ist, aus der Eugenik bekannt, eine tumbe, konformistische, biologisch optimierte Arbeiterklasse, eigentlich eine Sklavenrasse, die der Prädatorenkasse da oben intellektuell nicht mehr zur Gefahr werden kann. Das ist nämlich das Endziel, wie bei Huxleys schöne neue Welt. Sie wollen gar keine Revolution mehr, Widerstand oder irgendwas, weil sie es so toll finden, wo sie sind. Da will man sie hin manipulieren. Und nicht, dass sie irgendwelche Headlines glauben, die man in der Zeitung schreibt. Es geht darum, dass irgendwann in 20 Jahren hier vorne keiner mehr sitzt und solche reicherischen Reden hält. Sie haben jetzt fast drei Stunden den Vorträgen von Tom Oliver Regenau zugehört. Mit welchen Eindrücken gehen Sie nach Hause? Erstmal finde ich es sehr, sehr wohltuend, dass jemand sich schon etwas länger mit einigen Sachen beschäftigt hat. Er kam, ähnlich wie ich, auch über das Finanzsystem dazu, sich ein bisschen mit der Gesellschaft an sich und mit den Herrschaftsstrukturen zu beschäftigen. Und der Vorschlag ist sehr empfehlenswert, wahnsinnig fundiert, auch wenn er ein bisschen Magenschmerzen machen kann. Also ich war schon ein bisschen vorbereitet, weil ich seine Bücher schon habe und nicht komplett durchgelesen habe. Es ist ja sehr viel Text, den er da von seinen Webseiten hat. Aber ich bin mit den Themen vertraut, mit denen er sich beschäftigt. Es war also keine Überraschung, was mich an Daten und Input hier erwartet. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel und man muss eigentlich mehr Zeit einplanen, um sich damit zu beschäftigen. Mein Kopf ist voll. Ich muss alles überdenken. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit drin sind, schon drin sind in dieser KI-gesteuerten Welt. Und die geschichtlichen Hintergründe hätte ich mir auch nicht so vorstellen können. Ja, im Wesentlichen sind es zwei Eindrücke. Der eine Eindruck ist, dass ich fast ein Übermaß an einzelnen historischen Fakten präsentiert bekommen habe, deren Zusammenhang oder Kausalität ich noch nicht so richtig erfassen kann. Das muss ich setzen. Da werde ich mit Ökonomen, mit anderen noch mal sprechen müssen. Das Zweite ist, was mich ein wenig erschreckt, ist die Frage, wo bleibt die Handlungsoption für den einzelnen Bürger? Das heißt, wo muss er anpacken, wenn aber weltweit so die Fäden gezogen werden sollten? Hier ging es ja nicht um Verschwörungstheorien, sondern hier ging es um historische Fakten, wo wirklich globale Entscheidungen getroffen wurden. Ein gelungener Vortragsabend, der zum Nachdenken anregte. Handlungsoptionen, ja, eine habe ich für mich schon umgesetzt. Mein Smartphone läuft seit diesem Abend im Bildschirmmodus nur noch mit den Graustufen und ich habe wirklich diese Veränderung bemerkt. Und mein nächstes Smartphone wird sicherlich nicht von den altbekannten Herstellern sein. Auch dort gibt es Alternativen. Nach dem Tour-Ende wird Tom Oliver Regenauer auf seiner Homepage www.regenauer.press die PowerPoint-Folien veröffentlichen und die Veranstaltung in Hamburg wurde auch gefilmt. Tja, und das waren unsere Freunde von Augen auf Medienanalyse. Demnächst wird das Ganze veröffentlicht. Unser Dossier. Da sind wir verregnet. Freitag der 13. 2024, September. Die kleine Audiodatei. Der Tom Oliver Regenauer und seine Handys. Gerne empfehle ich ja auch Buch. Ich lese zwei, Egon Krenz und Helmut Matt. Der frivol schreibt, seine erste QSL-Card bekam er von Radio Moskau. Abriss Carola-Brücke. Weitere Einstürze. Profilaktisch wurde eine Autobahnbrücke in Hamburg. Teilgesperrt. Aber es gibt auch dumme Witze im Netz. In Paul Brandenburgs Telekilogramm-Kanal fand ich die Bezeichnung Ricarda-Brücke und entsprechende Bilder. Hier möchte ich mich doch klar distanzieren. Lene Humor, der sich an Äußerlichkeiten von Personen abarbeitet, strickt ab. Bleibe gerne wissenschaftlich und sende ein weiteres Mal. Claudia Luk-Sikorsky vom 15. März 2024 MDR. Bei Männern toleriert man so das Wohlstandsbäuchlein. Eher übergewichtige Männer werden vielleicht auch als mächtig und stabil wahrgenommen, während die übergewichtige Frau abgewertet wird. Und eher davon ausgegangen wird, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt. Aber ich erinnere mich an die britische Fernsehserie Absolutely Fabulous. In einer Szene ruft die mit leichten Figurproblemen bedachte Hauptdarstellerin zu ihrer Mutter. Sieh doch, bin eine schlanke Frau, die aus einem breiteren Körper befreit werden will. Worauf die Mutter, die wunderbare June Whitfield, die man noch aus Carry-on-Klamotten kennt, antwortet, nur eine? Mein Kind. Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache. In der Stadt Dresden, im Bundesland Sachsen, gibt es einen großen Fluss. Der Fluss heißt Elbe. In Dresden gibt es vier große Brücken über der Elbe. Eine der Brücken heißt Carola-Brücke. Auf der Brücke konnten Autos fahren und die Straßenbahn. Und die Menschen konnten auch zu Fuß über die Brücke gehen und mit dem Fahrrad darüber fahren. Jetzt ist ein Teil der Brücke eingestürzt. Mitten in der Nacht ist ein Stück von der Brücke ins Wasser gefallen. Dabei hat sich aber kein Mensch verletzt. Danke. Um nochmal auf die Bücher zurückzukommen, sollte es mal eine Woche lang kein Strom geben. Die Bücher funktionieren immer. Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen. Wie gesagt, ich lese Helmut Matt und Egon Krenz. Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen. Die Gefahr eines zumindest indirekten dritten Males wächst, auch wenn Taurus noch nicht geliefert ist. Das ist richtig. Wladimir Putin erklärte, der Einsatz weitreichender Raketen gegen Russland bedeutet eine Kriegsbeteiligung der NATO. Das US-Verteidigungsministerium ist bereit, 34 Millionen Dollar für eine computergestützte Simulation eines groß angelegten atomaren Konfliktes in Europa auszugeben. Das wurde auf der Webseite des US-Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Elon Musk reagiert auf geplante Raketenschläge gegen Russland. Er nennt es ein Schritt zum Dritten Weltkrieg. Er kommentierte auf X, ehe dem Twitter, Twitcher. Auch ein weiteres Mal äußerte sich Sergej Karaganov in der russischen Zeitung Kommersant. Ein weiteres Mal fordert er einen begrenzten Atomschlag gegen ein NATO-Land. Ich zitiere, es ist an der Zeit zu erklären, dass wir das Recht haben, auf jeden massiven Angriff auf unser Territorium mit einem Atomschlag zu antworten. Die derzeitige Atomdoktrin besagt, Russland sei bereit, Atomwaffen als Reaktion auf einen nuklearen Angriff eines anderen Landes oder einen konventionellen Angriff einzusetzen, der die Existenz des Staates bedroht. Karaganov meint, diese Doktrin sei jedoch unverantwortlich und selbstmörderisch. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Angesichts derartiger klarer Aussagen halte ich Karaganov, der in Russland noch nicht mehrheitsfähig ist, für schlüssig argumentierend. Man sollte ihn ernst nehmen. Die Briggs wird's da nicht sein. Auf nach Köln, ist Freitag. Nicht nochmal in die Bütte will Donald Trump. In den USA diskutiert man Kopfhörer von Kamala Harris. Armenien bietet Aserbaidschan ein Friedensabkommen an und im Senegal wurde das Parlament aufgelöst. Wirken, Regen, Wind, Sturm, kalt in den Bergen, Schnee. In der nächsten Woche bleibt es unbeständig, wird aber etwas milder. Machen wir uns. Alternative Music.